Unser Start nach Neu-Delhi beginnt am Düsseldorfer Hauptbahnhof mit dem ICE auf dem Wege nach Frankfurt. Mit zweitägiger Verspätung konnten wir endlich ab Frankfurt mit der Indien Airlines nach Neu-Delhi starten. In dem hochmodernen Fluggerät, eine Boeing 888, neuestem Datum, servierte man uns dieses Essen und schossen vor Traurigkeit gleich die Tränen in die Augen. Trotz des mieses Ächsen hatten wir eine schöne Reise und konnten nach einem guten Flug mit einer sehr guten Landung diesen Bus besteigen und die Reise fortsetzen. Auf dem Wege von Neu-Delhi nach Agra. Auf dem Wege von Neu-Delhi. 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 Musik Ein kleines Verkehrswunder. In diesem chaotischen Verkehr, wo ich verzagen würde, findet sich jeder Inder hervorragend zurecht. Musik 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 Bei diesem chaotischen Verkehr haben trotzdem die Inder viel von den Österreichern gelernt und den Schweizern. Sie erheben nämlich eine kräftige Maut und verdienen Millionen damit. Musik 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 Trotz des Verkehrs haben wir gesund, heil und schnell unser Ziel erreicht. Gleich fahren wir mit dem Rolls-Royce quer durch den wir Freunden schon sehr darauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017